Und trifft das Glück! Ja! Ja, ich bin Thomas Schmitke von der SchornsteinfängerInnung Südniedersachsen. Und ich nehme gern an der Challenge teil. Und ich nominiere die Kreisob-Leute der SchornsteinfängerInnung. Frank Stenzel, Jörg Rudolf, Sven Koch, Rüdiger Bethger und Stefan Schiebe. Und ich hoffe, dass die viele aus ihren Kreisgruppen mit ins Boot holen und an dieser tollen Sache dran teilhaben. Danke und los geht's! Niedersachsen voran!